Los! Es ist genau 7 Minuten vor 12 Uhr. Auch 7 Minuten vor 12 Uhr probieren wir mal etwas aus. Schaut schnell. Das sind unsere coolen Automaten. Jetzt nehmen wir ein Herdut für Gewürze. Den sehen wir hier. Dann nehmen wir ein Thurgauer-Schokolade. Die ist irgendwo hier. Dann nehmen wir natürlich Erdbeere. Und dann nehmen wir noch... Marekopf. Wann nehmen wir noch? Marekopf. Okay, nehmen wir noch Marekopf. Einen schwarzen oder einen goldigen? Einen goldigen. Einen goldigen. Also dieser hier. Wow. Und jetzt haben wir quasi den Warenkorb gefüllt. Dann sehen wir hier alle Produkte. Ah doch, so brauchen wir die wir jetzt gerade nicht. Erdbeere möchte ich noch einmal. Und jetzt geht es weiter. Zahlen. Bar- oder bargeldlos. Machen wir bargeldlos. Dann holen wir unsere Karte. Und zahlen hier einfach. So. Seht ihr? Und jetzt sagt ihr, es ist gut. Und jetzt passiert etwas. Jetzt müssen wir hier zurückstehen. Ui! Alles ist dunkel. Und jetzt, was passiert genau? Er holt es erstmal mit ersten Alternatsachen raus. Und ihr seht, das ist ein Lift. Und dann wird jetzt die Erdbeere schön viel rausgelegt. Und dann fräse ich sie runter. Dann müssen wir sie sofort rausnehmen, damit er weiterarbeiten kann. So. So. Ah ja, wenn ihr das verpasst. Dann habt ihr verloren. Das ist für den nächsten. Gut. Dann haben wir hier einmal Erdbeere. Dann. Seht ihr? Herr Lüpfelkürz. Im ganz anderen Automat. Einmal. Und dann, ich frage mich jetzt zurück auf, wie Herr Lüpfelkürz ich es gerne habe. Das ist fein. Nein. Ui! Zockert raus. Und dann? Was passiert dann? Ah! Geht auf den nächsten Automat. Kommt noch etwas raus. Ein Thurgauer-Schokolade. Fantastisch! Das heisst, ihr könnt mit einem Einkauf eigentlich in jedem Automat besten. Man sieht das. Super cool. Oh, da ist sie. Und jetzt fehlt uns noch ein Produkt. Oh ja. Genau. Der feine Schokolade. Der heisst. Der Automat geht rauf. Findet ihr das Produkt. Und gibt mir das raus. Perfekt. Perfekt. Ja. Ich habe schon eingeladen.